moin zusammen willkommen zurück nordfriesischer marsch ist wieder hier und ich habe gerade mal ein bisschen zwischen den beiden aufnahmen geguckt also normalerweise müsste auch mein lkw zug die baumwollquaderballen laden können das ist wohl nur eine einstellung von der autolohnspezialisierung gewesen also das müssen wir auf jeden fall mal testen sobald da der erste ballen fertig ist aber das dauert glaube ich noch ein klein wenig wenn ich sehe wir sind bei 75 prozent so hier brauchen wir auf jeden fall noch mehr futter da würde ich aber sagen dass wir das jetzt mal ein bisschen automatisieren hier du holst beim misch futter ab und bringst es zu den tieren kuhstall futter misch futter vier runden abflug so jetzt lass uns mal unsere felder angucken wir haben kein unkraut und das gras müsste ja ist das fertig das ist erntereif hier sind auch interessante spuren okay es sieht interessant aus also wie gesagt das gras da können wir uns gleich noch mal kümmern das heißt wir könnten noch mal heu machen so aber vorher weiter gucken die 39 ist angesehen die könnte dann noch mal gedüngt werden hier ist unkraut 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 ja wir müssen da wirklich einmal überall durchgucken so das ist halt noch nicht in der zweiten ernte stufe und das werden auch nicht mehr bekommen glaube ich oder ja gut wir wir warten mit der gras ernte bis dezember dann gucken wir entweder ist es in der zweiten stufe oder nicht ja das werden wir machen so missionen auch mal das war ja nur das ball pressthema das heißt wir können hier mal die flüge weg packen und dann müssen wir gucken wir könnten eigentlich den band der jetzt am und ding hier ist am düngestreuer den da der kommt mal an unser fässchen dann werden wir nämlich mal ein bisschen diesel fahren so dann haben wir hier tankstelle süd zum kiesberg mit diesel abfahrt so ja hier auch haben wir noch wasser drin ich muss das wasser loswerden weil dann können wir mit dem zum beispiel flüssigdünger verkaufen fahren naja fahren wir noch mal über die olivenplantagen drüben vielleicht kriegen wir da was weg und ansonsten na gut bei den tieren ja auch da gibt es ja auch noch möglichkeit irgendwie werden wir da schon den tank leer bekommen naja war jetzt nicht so sonderlich viel aber stückchen für stückchen so baumwolle oh ja der hat den baumwollballen rausgelassen das heißt da können wir gleich mal testen ob das wirklich funktioniert dann könnte man nämlich sagen dass wir den dann gleich zur düngerherstellung schicken dünge abholung und von da aus kann der dann dann laden wir da den dünger und wir probieren das in der zwischenzeit mit dem baumwolle aus über diese stückchen für stückchen wo was so tropfen für tropfen wasser wegbekommen ja guck mal so jetzt hat das geklappt wir brauchen den lkw hier steht da ich habe den auch schon mal umgestellt zumindestens vorne auf gewahrter ballen baumwolle da ist kommen wir doch genau richtig funktioniert es funktioniert und es passt einer drauf aber das ist ja nicht so das problem das heißt nämlich wir bekommen auf den zug auf zwei stück drauf und müssen dadurch nicht äh noch den anderen anhänger uns besorgen so hier kommt mutter der kauft hier der ist unterwegs ich wollte mal wissen wie es mit dem dreschen aussieht wo ist er denn es sind einfach immer noch zu viele fahrzeuge gut du hast noch 39 minuten alles gut so dann können wir hier lüssisch dünger holen wir mal etwas von dem guten dünger ab mann keine gerestel mann 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 irgendwie habe ich heute mit dem husten so jetzt müssen wir nur noch gucken wo verkaufen wir denn den dünger das machen wir direkt mal hier über das teil flüssigdünger flüssigdünger am hafen genau wir haben ja sonst nichts zu tun aber weißt du was dann machen wir das doch so dünger abholung das ist ja dann vermutlich hafen diesel das da mit flüssigdünger drei runden das passt so gut dann ist der erste mal auch unterwegs das läuft wir hatten gesagt wir haben irgendwo unkraut 37 38 die sind auch angesät dann ja auf geht's ist das ist das das ist flüssigdünger gucken wir mal wie viel herbizid wir hier im separator schon produziert haben sollte aber auf jeden fall reichen um unsere felder zu bearbeiten so was haben wir gesagt die 37 abfahrt so dann räumen wir den mal weg so ein bisschen ordnung muss ja auch sein den können wir ausmachen der kann einmal tanken ja der drescher das dauert auch noch wie schaut es denn mit der baumwolle aus 10.000 so hier wird schon wieder futter geholt genau tiere wir können ja mal bei den tieren generell gucken wie sich das so entwickelt hat in der letzten zeit schafe sind nächsten monat wieder welche neue da das ist gut hühner haben wir auch jetzt werden schon mehr und da zwei drei vier fünf sechs hundert jeweils noch die schweine auch und auch die kühe guckt euch das an sind auch schon einige jetzt geworden so hier kommt flüssigdünger der braucht noch der ist wieder da unterwegs so aber hier da sind wir ja schon quasi auf der 37 da machen wir mal so ungefähr das passt dann vernichten wir mal ein bisschen unkraut ist das auch schon so langsam wieder am laufen wir müssen nur gucken ja geld wird schon wieder knapp 32.400 für diesel und das ist nur das erste fass von mehreren die wir brauchen das heißt wir müssen gucken dass wir mal so langsam wieder ein bisschen geld verdienen ja gut der flüssigdünger geht gleich weg das wird geld bringen wir können normalen dünger verkaufen wir können kalk verkaufen ja gut da kommt auf jeden fall in der nächsten zeit geld rein da brauchen wir glaube ich keine angst haben und so mal eine runde hier mit der spritze fahren ist auch ganz schön einfach mit 15 kmh ganz gemütlich übers feld rollen hier müssen wir es jetzt halt einmal in der mitte streifen doppelt machen aber wir wollen halt in den gps kurs bleiben da passt das schon das heißt wir haben dann auf jeden fall die 38 noch die 44 da ist zwar unkraut drauf aber da ist ja abgeerntet das heißt da brauchen wir nicht die 35 da müssen wir auf jeden fall hin und bei den 39 hat kein unkraut aber da müssen wir nochmal düngen so sieht es aus die 38 die werden auf jeden fall auch selbst spritzen weil das ist ja das fällt mit dem saun außen rum da wissen wir dass das etwas eng ist immer und das wollen wir dem dem helfer nicht antun so und wieder eine bahn geschafft das ist halt auch einfach mit der arbeitsbreite sind wir halt auch gut dabei aber sie ist halt auch langsam das ist das ist leider so wenn wir gucken ich hier die fährt 25 die fährt 25 hier halt nur 15 eventuell kann ich aber gucken ob wir dem gerät hier ein kleines tuning verpassen das wird das einfach auch auf die 25 km h anpassen wie es die anderen spritzen auch haben so was war hier 97.000 euro das dürfte der flüssigdünger gewesen sein so und schon stehen wir finanziell wieder gut da und wir haben ja noch ein bisschen und wir haben normalen dünger wir können aber noch mal ganz kurz gucken wie viel herbizid wir im separator haben separator wo ist er denn hier herbizid 21.000 das sieht gut aus hier bretter hackschnitzel sind da müssen wir unbedingt auch leer räumen wir werden da einiges zu tun haben in der nächsten zeit das heißt aber wir machen hier und jetzt erst einmal feierabend wie gesagt morgen dann vielleicht mit ein bisschen tuning hier an der spitze das gucke ich mir auf jeden fall gleich mal an noch und ja alles weitere sehen wir dann also macht's gut ihr lieben und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017